Ja, hallo Willkommen, mein Name ist Daniel E.P. und ich bösse euch zurück zu Let's Play ROW FORCE! Sollte ein bisschen lauter machen, dass ich mir jetzt bald aufgefallen. In der letzten Folge haben wir Terrorcrawler erledigt. Und vielleicht, äh, nicht mehr nur einen, aber mein Seuchneter, das immer oben links auch leuchtet, ist kurz ich glaube immer auch. Ich war gerade im Hauptkundig wieder auf Kupil im Dezember, wir haben 70 Cent, und ja, ist schon wieder voll geworden. Sollte. Egal. Doch, Später, Holunder, wir sind in Amazon, in den Wäldern, wo die außerirdische Extremisten liegt, das macht sie unter ihr nicht. Natürlich. Ich hab schon leider keine Bonus-Raison mehr hier gehabt. Um irgendwas freies, äh, einzuschalten. Warum? Oh, der letzte Boss, ne? Alle Bossen bis jetzt hier, ne? Schwierig. Vielleicht bin ich der Einzige, der irgendwie noch ein Problem hat, ne? Aber egal. Gut. Konzentration! Dann liegt es da. Dann liegt es da. Okay. Ich bin wiederum nicht. Boah, wenn wir den Katzen immer noch nicht so anschauen. Nein, jetzt spüch's dir ab Ups, was? Mach zu, Mann! Hör aus! Ach, das ist auch ein Bogen da. Hä? Was? Boah! Du blöder Stein, ey! Du blöder Stein! Du blöder Stein! 3, 2, 1, go! Oh, mein Gott! Und das macht... Was macht das hier? What? Aber ich kann Tote damit wieder leben. Wie war er leider für mich? Was hat der Hörter? Vom Leber! Wow! Er war sehr gut! Ich glaub bei dem fliegt er auch! So, kleine, auch fast guter ist, Alter! Wo ist das, mein Bro? Hallo, na? Oh, das ist okay! Warum ist die so scheiße, ey? Man kann seine Banage nicht aufgehen! So knapp! Woah! Wow geil! Da müssen ich die Banagen sagen. Das würde jetzt nicht... sehr schnell immer an neue Balls kommen, ne? Woh, nein! tut mir leid wir machen das für amerika also gut nächster kampf, nächster level ah, ich bin auf der Pulse 3, 2, 1, GO! 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 Overkill! Ich hab den anderen abgeprallt. Ich bin ja gefragt, ob ich mit dem Gerät verkehren kann. Ah, ich wollte noch mehr Geraden schlagen und mehr Geraden zu nutzen. Also bringt das schon gar nichts hier. Ich bin ja ein neuer Bro. Ich bin ja frei. Ja, ich bin ja frei. Er bringt es nicht, irgendwie aufzuschlagen. Jetzt bin ich ja schon wieder in den nächsten Bro. Ich bin ja schon wieder in den Fall. Hier ist er an Alien versus Predator. Ah, das kann ich nicht laufen. Was ist das, Bro? Okay, war ich gar nicht so gut. Ja, war ich noch nicht. Was ist das? Was? Was ist das gut? Ha! Was? So. 3... 2... 1... Go! 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 Ha! Ich hör das jetzt zum ersten Mal. Huuuuh! Ha! Ha! Das hab ich jetzt zum ersten Mal gehört. Boah, ich mach den Fernseher mit rein, damit man nicht ein Echo hört. Bei mir ist immer relativ leise und ich höre nicht alles so auf den ersten Blick. Ach! Ach! Er ging so'n Schrott im All jetzt. Der trägt mich auf. 3... 2... 1... 3... 2... 1... 2... 2... 3... 3... 3... 3... 4... 4... 5... 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 Super, ich geh das mal an und Ronan wieder ab. Warum bleib ich eigentlich nur hier? Ich kann doch einfach weitergehen. Oh, was?! Ah, sie kann auch wieder zerwerfen als... Ich hoffe, das ist doch ein Mordsteiger. Das war knapp! Der Neon ist halt eigentlich auch nicht so ein Mr. Anderbro, mein ich. Dass jeder hier einen Schlag verreckt und dann explodiert. Das würde nur Sinn machen, finde ich. Gut. Aber so ein geiler Effekt von der... Das ist ja die von Kill Bill, oder? Ich weiß ja nicht deren Namen. Ich hab den Film noch einmal, glaub ich, gesehen, ehrlich gesagt. Ich hatte aber sogar einen Zweiten oder so. Muss ich an irgendjemanden rechnen oder so? 3, 2, 1, GO! What?! Ich will die Katzen einfach unterbrochen, okay. Ich wusste nur, ob das klappt, aber okay. Hey, was zum Teufel! Was soll denn das? Was? Bei dieser Punkt ist doch wohl noch einmal, wenn ich gerade da rüber springen wollte. So was ist dann... Äh, ne. Typisch. Oh nein, nicht so gut wieder. Das ist so gut. Neuinen Karttippe in Aktion oder wie? Mann! Wir blöden. Das war nur so perfekt die Dinger hier. Ein bisschen. Oh, das ist doch schön. Ah nein. I'm broke. Oh nein. Oh nein. I'm broke. Oh nein. Ah, schön. Sehr gut. Alles klar. Ohne Probleme geschafft, würde ich sagen. Gut. Ich werde das Spiel heute mal zu Ende bringen von so guten. 70% waren wir vor dieser Aufnahme. Vor war ich glaube ich 61% oder 63% oder so. Nein. Da war ich euch auch wieder blieben. Na Leute, gut. Ja, ich bleib unten. Da draußen sind wir zu. Ja. Nein, die Würstchen. Ja. Bye, ja. Ja. Ja, ja... Ja. 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 Ja, ja. Was geht? So fiesig, Alter. Achso, oder? Wann? Kann ich tanzen? Uau! Verrückt sein. Nur mal jeder runter regnen, ist halt so krass. Dann kommt der jetzt auch wieder runter regnen. Wann? 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 Wann hat der so eine mächtige... ...klar, ey? Na, na, oben! Wann? Wann hat der kopf jetzt mal... Wow 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 Te lasco? Oh, aber ich fühle mich wieder zu mir an. Es ist ja noch so. Das ist ein Wurzeln. Sie ist immer lächelt, wenn sie richtig ist. Oh, das war's nicht. 30 seconds left. Nein. Oh, super. Ist auch nicht schwer bis jetzt. Danke. Der letzte 2 Sekunden, ey. Die waren wirklich schon nicht mehr oben. Okay. Ach, okay. Was zum? Hörer? Ah, oder? Ah, oder? Ah, oder? Da ist mir der Leibwegschirm auf einmal. Aber tut uns nicht so lang. Männlicher Nieser, okay. Ja, was soll ich denn mit dem machen? Okay. Boss, komm wieder! Okay. Ja, was soll ich denn anschießen? Ich darf ja hochflettern oder wie? Oh, was soll ich denn? Was soll ich denn da? Was soll ich denn da stehen? 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 Schon wieder so Bro-abhängig. Jetzt komm ich hier mit 1 und 2 Leben an. Was soll ich denn da stehen? 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 Ey, das ist auch scheiße den wagen das ist der die 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 Das ist mir auch schon egal. Wir mussten McGraw bei ihr erklären. Gut. Oder eins. Paco, was? Ich brauche die Hand von Paco. So. Wiederum endlos. Okay. Kann ich sagen, ich bin Paco. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.